Mit Radio Ö3, Österreichs offizielles Handelkamm-Radio, hier in der Vorderstadt in Glitzbühel auf der Ö3-Bühne mit Armin Assinger. Ja, es war traumhaft. Ich habe mir die teuersten Gummistiefel meines Lebens gekauft, um 40 Euro in der Getreidegasse. Ja, gestern war es ja keine Kunst, dass wirklich nicht einmal meine Ameise hier gepasst hat. Es war super traumhaft Sonnenschein. Heute war es schon etwas schwieriger. Es hat geschüttet wie aus Köbeln. Aber trotzdem, die Salzburger haben bewiesen, wir sind nicht aus Zucker. Well, tonight, thank God, it's you, instead of you.